Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizepiece Infinity Evolved Mit dabei der StreetDigger 2 Einen wunderschönen guten Hallo und du machst mir Angst Und der Next Diamond Alla, gib Wasser, wir suchen das Importer Oh Gott Und natürlich auch der Sora Timers Zumindest im Test Zumindest im Test Ja Oh, ich hab ne Hülle gefunden Ja, sehr schön Ich hab ne Hülle gefunden Der Junge, der hat voll viele Probleme Der hat leider so wenig Arbeitsspeicher Ich glaub nicht, dass er mit uns Vieh aufnehmen kann Glaub ich auch Klaus, wir lassen nicht mal alleine, ne? Ja, 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 ich hab ne Kiste gefunden Ja, wir haben ne Kiste gefunden Und Öl Und Wasser Ah, guck mal hier, ich hab das Endportal gefunden Ja, siehst du Echt jetzt Echt jetzt Gut, dass wir aufgeteilt haben Ah, den Scheiß-Spawner mach ich jetzt gleich mal kaputt Alter Alter Es ist gar kein Auge da drin Aber gar keins Ernsthaft? Ernsthaft Ja, gut Ich glaub wir haben genug Ich mach mal den ganzen Schrott hier weg Na, Erze brauch ich jetzt nicht Was machen wir hier? Ich bin in der End gefallen Du bist, du bist klasse Du bist echt klasse Kollege Ja, dann, auf geht's, ne? Ja, Augenblick Ich mach grad noch ein bisschen Inventar leer Ja, mach ich auch nochmal gerade Na, die Erze brauchen wir jetzt nicht Oh, stopp Aber den, den Spawner würde ich gerne mal behalten Wenn's geht Nee, der gehört mir Ja, nee, ich meine Auf Tasche behalten Nee, der gehört mir Boah Egal, so Geronimo! Er lebt bei mir Boah, wir sind natürlich mittendrin gelandet hier Ist doch cool Du musst nach oben graben Nach oben Nein, ich brauch viel Lens am Farmen Ja Wir sind hier, um einen Drachen zu töten Ja, Kollege Siehst du einen Drachen irgendwo? Nein Also können wir farmen Ja, super Ja, ist ja gut Okay, ich hab auch Da ist er Lass mal den Drachen auf die Fresse hauen, Mann Auf geht's, Ladies and Gentlemen Komm Baby, komm noch, komm noch, komm noch Ja, danke Das ist vielleicht ein Drecksviel Oh, sag ich, dass sie von Arity ist? Das war ja wirklich ein Drecksviel Verabschiedet aus einem guten Grund Oh, der Arme hat das Ja, das ist ja auch Okay, wir sind oben Okay Oh, Ende, Lillie, siehst du cool Nee, rasch, ich fahre dir dann Teile später auf Ja, okay Dann wollen wir mal die blöden Dinger da ausblasen, ne? Mach dir, ich flute schon mal so viel wie geht Das war schon mal der erste Boah, stimmt Den da oben komme ich nicht dran, glaube ich Lässt der Drache eigentlich Der war schon mal gut Lässt der Drache eigentlich auch Draconium fallen? Ja Ja, das ist sehr nice Jawoll Tür getroffen Nein, kein Enderman angucken Kein Enderman angucken Wir hätten uns vielleicht noch Kürbisse mitnehmen müssen, oder? Hm Ähm Da ist so ein Turm, da komme ich nicht dran Muss ich mich hochbauen Ja Der ist Alter, der geht drüber Der geht über die Insel Nein Ich habe Schiss Wir glauben an dich, Klaus In dem Fall lässt er noch den Glider, also Ja, das macht aber gar nichts, wenn ich Warte mal Ich habe doch Ich bin doch so ein Held Ja Wo habe ich sie? Da habe ich es doch Oh, schnell weg Da ist ein Ender-Drache Soll ich mal die Enderman ein bisschen dezimieren? Die sind ja tuigend für mich Da, komm Warte Wo füßt denn hier diese Ender-Öffene Füsten eigentlich? Ja, was kannst du ja auch Tinkersberg zum machen Und eine coole, pinke Rüstung Au, 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 au Wow Alter Hast du mir gleich Herzen abgezündet? Nein, 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 nein Ja, hier macht das, ne Ich bin hier am Farm Ja, ja Soll ich die Enderman dezimieren, oder? Nein Soll es helfen, den Drachen töten Alter Scheiße Darf es nicht so, nein, bei der Explosion sein Ja, ist ja gut Du weißt, ich bin gut, geil Mann, ich hätte mir ne Picke mitnehmen sollen, ey Ja, hättest du vielleicht Ich kann dir ein wenigstens den Hammer geben Oder warte, habe ich noch irgendwas dabei? Weiß ich So Ich glaube, es sind nicht mehr so viele Ich glaube, es ist bloß noch einer Warte, den kann ich noch Ich bin hier oben Sehr schön Das war, glaube ich, der Letzte Es muss bloß noch mal ein Kleider funktionieren Ja, geht Na Ah, schade Ja Das müsste der Letzte gewesen sein Ja, nicht mich abschießen Ja, doch, dich auch Ach so, ich dachte, du sei es jetzt ja immer dran Ja, ja, klar Ich bin auch schön groß und so Ja, wir haben, Klaus, du wurdest befördert Aha Wo sollst du denn in der Man kommen, ne Ich hab hier ne Ja, ich sehe es gut Also, ich sehe es gut Ich sehe es, Komma, gut Komm, machen wir die beiden Steine mit dir weg Okay Da, komm, da Komm, warte Schade Komm her, Drache Ich hab nen Pfeil für dich mit deinem Namen drauf Alter Komm, 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 komm Ja, schön in die Fresse Mein Gott Er ist aber auch hartnäckig Ja Ey, komm, wir hatten schon einen schnelleren Ja Der Angst Also wirklich, den von ARIT verkehrt sich nicht mehr Wow Da hat ein Enderman den, 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 den Pfeil für ihn aufgefangen Oh Gott Und jetzt los Nein, 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 nein 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 Danke Danke, Dosh Du bist dann genau vor's Pferd gelaufen Vor's Pferd, ja, natürlich Oh Mann, ey Toll, jetzt kann ich die restlichen 12 Minuten damit verbringen, nochmal hier hinten hin zu laufen, oder was Ja, du brauchst dich doch gerade einfach Ähm, bei uns war gerade ein Enderman im Garten Was am besten, CO-Fahr, TPX und dann die End-Dimensionsnummer Äh, die ist Ah, warte C-O-Fahr, TPX, ne Ja, also C-O-Fahr, dann Mehrzeichen, TPX, eins TPX, eins Jawohl Ich falle, ich falle, ich falle Bin gleich wieder tot, denk ich, ne Ja Schön Ja, warte, mach das nochmal dann Ich spreche mal vor, dass du zu uns kommst Äh, sag Bescheid, wenn du da bist Wie, sag Bescheid, wenn du da bist Ja, wenn du wieder am Fallen bist, dann baue ich dich zu uns Also, okay Woowowowow! Okay, ah, jetzt bin ich da! Oh, der hat mal eben die ganze Wand hier zerstört! Aber ich komm, ich backe hier im Boden rum. Moment. Dann mach doch jetzt TP. Ja, passt dann, danke. So, wo ist mein... da? Hey, hallo? Der hat hier die komplette Decke zerstört. Alter! Boah! Ne, ich mach was. Drecksvieh! Drecksvieh! Echt! Brauchst du ihn wieder? Ja. Okay, bin da. So, ich hab hier hinten jetzt ne Mauer gebaut. Ich glaub noch deinen Cutlass. Mann, Mann, Mann. Danke. Komm her, du... Wollt schon was sagen. Oh... Ja, ich hab dich angeschaut, du kleine Misskröte. Ja, kommt hier drunter, Jungs. Ja. Boah! Boah, Mann, 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 Mann! Warte, Endstone kann... Boah! Okay, du weißt. Alter, ich glaub ich mach gleich noch PvP aus, ne? Ich tu das schwer, ein Fake. Moment! Wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Da, kommt er. Ich hab's eingetragen, Portish. Ah ne, warte, er kann leider anfangen. Ne, ich hab keinen OP. Okay. Klaus kann zur Seite, dann Portish ihn zu uns. Was? Was kann ich? Ihn ins End porten. Ihn hierher porten? Ihn ins End. Wie du nicht hier. Dann Portish ihn wieder zu uns. Ähm. Muss ich da nen Namen vorne dran schreiben? Masteo war TP-X Ends und dann Lex Diamond, glaub ich. Ach so, okay. The player cannot found, weil du in ner anderen Dimension bist. Warte, irgendwas ganz einfach. Ja, genau. OP! Lex... ...Diamond. So, okay. Ups. Okay, ich komm, ich komm. Hab's geportet. Alles klar. Wo ist der Drache? Vorsicht, jetzt hol ich hier mein Zeug. Aber. Boah. Ich muss mal nen Drang trinken. Ach. Da. Ne. Setz mal deinen Hut auf. Äh, ab. Doch. Ich denk jedes Mal, das ist der Drache. Wow. Der kommt von hinten. Was war das jetzt? Ich hab den hinten da abgeschmissen. Und da hast du was gebracht, ja? Ja. Da kommt er. Ja. Den müsst ihr näher herankommen lassen, damit wir alle drei drauf schießen können. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder hier... Der kann doch keinen Endstone zerstören, oder? Doch. Das Problem ist... Der kann alles zerstören. Der kann alles zerstören. Der kann auch Obsidian zerstören. Kann der? Ja, kann der. Okay. Ah, da kommt er, da kommt er. Und... Ach, Mann ey. Du mit deinen Eiern. Ja, schön getroffen. Jawoll. Ach, schade. Also ich würd mal ganz ehrlich sagen, für die Aktion, dass ich schon zwei oder drei Tote auf mir habe, kriegst du das, äh, Herz. Oh, da hat er gefressen. Da hat er gestoppt. Ja, ja. Aber da hat er gestoppt. Die französische Nutte. Ey. Das ist aber... Ich bin so nett. Sorry, alte Lollerngewohnheit von mir. Ja. Weil lass dir noch ein bisschen runterkommen, dann haben wir auch das Portal schon unten. Ja, das fand ich ja so oder so am Boden. Nee. Doch. Das hatte ich bisher mal jedes Mal. Ach so, okay. Ja. Ja. Ja, dafür, dass wir den Gnadenstoß und ich mit dem Schwert machen mag. Fluffy Unicorn hab ich gehört? Gnadenstoß mit. Hallo. Keine Eier mehr, ey. Ja, scheiße, ne? Ich wollt grad sagen, das hört sich grad irgendwie total alt an. Da kommt er. Ja, der ist noch viel zu hoch. Hallo. Hier unten sind wir. Na, Fifi, wer geht ab? Kommst du runter? Ja. Wie sieht eure Fall-Situation aus? Cool, da war sogar die Wolken weg, Alter. Ja. Wie sieht jetzt mal ich mit Pfeilen aus? Ich hab noch genug. Brauchst du noch? Ja, ich hab noch ein paar. Ich hab noch. Ja. Ich hab noch drei Stacks oder sowas gehabt. Oh, guck mal hier. So, gleich gibt's ein... Ja, ein Regen. Genau. Das ist jetzt perfekt. Wer ist alles drin gelandet? Ich nicht. Warte mal. Hat einer eine Fackel mit? Ja. Warte. Wie war der Befehl? Nein. Nein, 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 nein. Gut. Der Fackel? Ja. Zwei runter? Nein, 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 nein. Guck mal her. Achso, okay. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Den Kabel-Trick, ne? Genau. Leute. Ja. Ich würde genau das erzählen. Ja, cool. Okay, hab ich. DOFH. Leerzeichen. TPX. DOFH? Ja. Leerzeichen. TPX. Nimm mal ne Picke mit. Leerzeichen 1. Okay, hast du auch den Bef... Ja, warte mal. Ich mach noch ne schnell die Picke. Warte mal den Befühl für dich her. Supporten. Wow. Ich bin grad einmal durch das... durch den Boden gedroppt. Okay. Ich mach dann jetzt. Ja. Slash. C-O-F-H-TPX 1. Genau. Okay, ich supporte mich jetzt. Ich fahre? Okay, das Herz hab ich auch. Fällst du? Ja. Ja. Ich supporte mich jetzt. Fällst du? Ja. Ja, hier. Ich bin das letzte Mal eingefallen. So, komm. Ich supporte mich. Jetzt. Wow. Das sind alles spannende Sachen. Ja, sehr schön. Oh. Ähm. Sei doch ruhig hier. Ja. Ich hab hier... Ich hab hier... Ja, ich hab vorhin... Wo ist er? Ja, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab hier noch was. Hier. 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 Ja. Ja. Ich hab noch 20 Draconium dust. Ja. Ich hab 64. Okay. Ich glaub das war's, ne? Hier noch ein Bogen. Ja, ein Bogen dürfte das eigentlich schon noch gewesen sein. Ja, ein Pilz. Ja, dann lass uns doch erstmal... Ich hab vier Herz und ich hab das Ei, ich hab das große Herz. Ich hab ein kleines Herz. Ich hab gar kein Herz. Nein, die Picke geht nicht bei den... Ah, oder? Was denn? Auch ne... Ne Diapicke, glaub. Ja, wie war's? Für das Draconium? Ja. Und für das Amethyst? Ja, das baue ich mit Fortune 3. Und Amethyst. Ich hab Fortune 3 drin. Ja, dann baue ich auch das Draconium ab. Ja, ja, bin ich ja schon dabei. Und da bitte es bitte auch, weil ich würde mir da was gern Werkzeug machen. Amethyst? Ah, ja, okay. Und wenn ich das zusammenkriege... Aber da können wir ja später noch... Kann ich ja später noch hier reingehen. Weil ich will auf jeden Fall ne pinke Rüstung machen. Ne pinke Rüstung? Ja, Mann. Boah, dich mag ich. Dich mag ich richtig. Glaub mir, die Amethyst-Rüstung ist richtig gut. Die hält so viel aus. Mit der pinke Rüstung und ich, wir sind so unzertrennlich eigentlich. Das klingt schon ein bisschen... Naja. Ja. Ich hab meine pinke Rüstung. Also ich hab meine pinke Rüstung, wir beide wie niemand. Na komm, dann lass ich mal. Du, Käffeld, kommst du in den braunen Salon? Ja, natürlich mein Schatz, ich komm. Ja, bin ich jetzt im Darkrum, oder was? Du bist hier in... Ja, Alter. Du bist hier in Glory Hall. Ja, Alter. Oh Gott. Was hab ich mir da angetan? Ja, ähm... Einiges. Ja. So, gut. Ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen am Farmen. Schön. Richtig. Die Folge ist auch fast schon am Ende. Ja. Ich würde sagen, das war eine geile erfolgreiche Folge. Ja, doch schon. So ein paar Tote, ein bisschen Porten, aber war okay. Genau. Ja, ich sag ja einmal mit Profis arbeiten. Ja, du warst es nicht. Ey, du hast uns... Das erste Mal bist du vor mein Schwert gelaufen. Hallo. Hallo. Schrei mal nicht so rum, Kollege hier. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Wir sind alle nicht schwerhörig. Hä? Hä? Ja. Aber jetzt ist mir das erste Mal, bist du vor mein Schwert gelaufen? Dafür kann ich nix. Doch. Hättest du es sehen müssen. Wir sind ja vier Leute, ne? Ich wäre dafür, dass wir gleich alle in der Linie zusammentun und dann auf vier Pferde verteilen und dann kriegt jeder die gleiche Menge. Ja, gut. Dorsch und ich können uns ja zusammenwerfen, oder? Ja, ja. Ja, klar. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ich glaub den Sora-Timers könnten wir auch noch irgendwie dazu. Packen. Ja. Machen wir einfach Hälfte, Hälfte, Ende. Ja. Vielleicht krieg ich euch ja dazu überredet, dass wir einfach alle irgendwo anders hinziehen und dann alle Nachbarn werden. Ich hab später noch vor auf den Mond zu ziehen. Ziehst du mit? Ne, ich will auf dem Mars. Also ich wollt mir noch ein Haus im End bauen. Haus im End? Ja. Ja, hör auf. Früher auf dem Dilewolf-Server wollte ich immer gerne im End wohnen. Einfach mal ein bisschen raus und da einfach mal aufbauen, so Skyblock-mäßig, weißt du? Ja. Ja, ne, was ich noch nicht vorher hab, ähm, kann ich halt sagen, alle die, die den Minecraft-Story-Mode gespielt haben, da würd ich ganz gerne mal was nachbauen. Okay. Das hat mich ganz ehrlich was inspiriert. Ja, wir können ja das End ja schön gut benutzen, ne? Wir brauchen das ja nicht resetten. Nö, ich will später noch eine Quarby aufbauen. Ja, dann müssen wir resetten. Wieso? Weil... So eine Erde-Query? Äh, so eine... End aus Erde ist doch okay. Ja, okay. Wir können ja auch noch weiter rausfliegen. Weil ich... Ich hätte ja mal Bock, einfach mal so als Gemeinschaftsprojekt zum Beispiel, dass wir ein bisschen aus dem End rausgehen und da so eine richtig coole Enderman-Falle bauen, wo die dann so etagenweise runterfallen und du nur unten stehst und einmal drauffahren musst. Ja, klar. Können wir gerne machen. Als XP fahren und alles drum und dran. Genau. Und dann auch alles richtig schön mit ME-System automatisieren, dass du alles direkt ins ME-System reinlagerst und so. Ja, das klingt richtig geil. Aber du meinst dann auch schon so im Vanilla-Style die Falle, oder? Ja, ja. Oben so mit Dingens halt. Mit einer Plattform? Genau. Mit... Auch mit Redzone-Schaltungen und so. Kevin? Ja? Wieviel, ähm... Draconium, das hast du jetzt? Ich habe... 1 Stack. Okay, ich bin mittlerweile bei... Ja, ich kann ja nicht abbauen, ich habe meine Picke nicht mehr. Also ich bin bei 3 Stacks und 48, also da kann man auf jeden Fall gut was aufteilen. Aber ich habe auch 24 Ender am Methyst. War nicht so besonders viel jetzt. Ja, von denen habe ich schon gut was abgefarmt. Okay. Ja, ich... Also ich sage mal, ich brauche auch 24 für eine Rüstung plus noch mein Tinkers Werkzeug. Aber ich gehe nachher eh nochmal hier fahren. Ja. Nur zu Rüstzeug. Also ich glaube ich habe alle Ender-Lilies hier geholt. Da sind bestimmt unten irgendwo welche. Ja, ja. 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 Weiß mir mal alle eure Ender-Lilies zu, dann teile ich hier schon mal auf. Hier ist Frid, haben wir deine Ender-Lilies. Ey Kevin, komm mal zu mir. Ja. Warte. Ich habe hier deine Eskapaden gefunden. Warte. Hier ist ein Chicken. Ja. Ein Evil Chicken. Aufpassen. Ja, das ist bestimmt gespawnt, als es Eigeplatz ist am... Ja, ja. Ich weiß. Ich sage ja, vorhin habe ich ein Ei gehabt, das habe ich geschmissen und da kam auf einmal vier Chicken raus. Das ist bestimmt Gronkhs Evil Chicken. Ich sage euch, das ist das Evil Chicken von Gronkh. Ja genau. Hier Josh, hau doch nicht mal ab. Gib mir mal deine Ender-Lilies her. Ja, ja. Moment. Hier, sieben habe ich hier und das war's auch schon. So. Mehr nicht? Nö. Ja, zu Hause habe ich auch nochmal sechs. Die können wir noch aufteilen, wenn du willst. Ja, ich habe auch noch fünf. Also, weil jetzt wären das... Einer hätte 15, drei hätten 14. Wo geht's denn? Jetzt würde ich auch noch... Lass uns doch gleich... Ja, dann lasst uns gleich zu Hause alle zusammenschmeißen, wo ich meine fünf auch. Ja. Dann gehen wir jetzt von... Ja. Wir sind alle in der Folge. Ja, stimmt, stimmt. Mensch, sag doch was. Sag doch was. Ja, Leute. Das war's auf jeden Fall von mir wieder. Und ich sag, bleibt da frisch, haut da rein. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.